Ziele setzen, Ziele erreichen. Heute sind wir schon beim dritten Teil von unserer Serie und wir haben schon darüber gesprochen, wie wir uns die richtigen Ziele setzen, wie wir sie auswählen und wie wir den Plan machen, diese auch zu erreichen. Und jetzt geht es darum, das auch wirklich umzusetzen. Also wir müssen machen, was wir geplant haben. Das, was wir uns für jeden Tag vorgenommen haben, müssen wir auch umsetzen. Also wenn wir zum Beispiel geplant haben, jeden Tag Liegesschütze zu machen oder zweimal die Woche zum Karateunterricht zu gehen, dann darf uns davon auch nichts abbringen. Und wir müssen selber dafür Verantwortung übernehmen, dass das auch passiert. Es hilft zwar, wenn wir uns dafür noch einen Partner suchen, der uns dabei unterstützt, aber letztendlich sind wir selber dafür verantwortlich, dass das, was wir vorhaben, auch passiert. Es ist nicht unser Beruf oder unsere Familie, die uns dann im Weg steht. Es sind, wenn, dann wir selber. Und dann müssen wir dafür auch Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn wir uns was vorgenommen haben und das dann nicht umsetzen, nicht durchziehen, dann dürfen wir da ruhig auf uns selber richtig sauer sein. Es ist nicht okay, unsere Ziele dann gleich wieder fallen zu lassen und uns kleinere Ziele zu setzen. Wenn wir uns was vorgenommen haben, dann ziehen wir das auch durch, so lange, bis wir es erreicht haben. Aber den Weg dürfen wir ruhig auch genießen. In der Kampfkunst ist der Weg das Ziel. Es geht nicht darum, einen bestimmten Gürtel zu erreichen, sondern es geht darum, den Kampfkunstweg zu genießen und Freude auf dem Kampfkunstweg zu haben und dabei auch Fortschritte zu machen. Es ist schön, große Ziele zu erreichen und die Herausforderung anzunehmen, aber wir dürfen uns auch über kleine Erfolge freuen auf dem Weg. Erfolg ist kein Ziel, Erfolg ist ein Weg. Und daher müssen wir uns Wege finden, wie wir diesen Weg auch genießen können. Leute, die montags aufstehen und schon auf den Freitag schielen, die tun mir leid, weil die genießen nicht den Prozess, nicht den Weg, nicht die Woche. Und ich finde es viel wichtiger, dass wir uns Ziele setzen, die zu erreichen, es sich lohnt, aber die zu erreichen, es vielleicht auch Freude macht. Und zu guter Letzt sollten wir uns vorstellen, wie es sich anfühlt, wie es aussieht, wenn wir unser Ziel erreicht haben, wenn es unser Traum Wahrheit wird. Wie fühlt es sich an, wenn wir 10 Kilo weniger wiegen? Wie fühlt es sich an, wenn wir zum Kopf treten können? Wie fühlt es sich an, wenn wir ein Kampfkunstformen-Turnier gewinnen? Wie fühlt es sich an, wenn wir unseren schwarzen Gürtel bekommen? Ich erinnere mich noch gut, wie es sich daran angefühlt hat. Ich erinnere mich daran, wie toll es sich angefühlt hat, als ich meine letzte Graduhrung bekommen habe. Und auch da habe ich lange daran gearbeitet und das fühlt sich an wie ein toller Erfolg. Es hat sich gelohnt. Und vor meiner letzten Schwarzgurt-Prüfung habe ich mit meinem Lehrer ausgemacht, dass wir jede Woche eine Privatstunde zusammen machen. Ich habe angefangen, bei ihm wieder Privatunterricht zu nehmen, weil das online inzwischen möglich ist. Und wir treffen uns jede Woche über FaceTime und ich habe Unterricht genommen. Dann habe ich acht, neun Monate später meine nächste Gürtelprüfung bestanden. Ich habe gesagt, ich will weitermachen, weil ich den Prozess sehr genossen habe und sehr froh darüber bin, jede Woche Unterricht nehmen zu können. Das heißt, mein letzter Grad ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg, weil der Weg Freude macht und der Weg mir gut tut und ich heute in besserer Form bin als vor 10 oder 15 Jahren. Und in der Kampfkreuz ist vielleicht auch das Ziel, 40 Jahre lang so fit zu sein wie mit 40. Ist doch eine gute Idee. Jetzt habt ihr einige Schritte, die ihr umsetzen könnt, auf dem Weg eure Ziele zu erreichen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und wir sehen uns auf dem Mathe.